Herzlich willkommen hier bei DOCSWIM und der dritten Ausgabe zur großen Thematik der Wasserlage und der Optimierung des Auftriebs und der Wasserwiderstände. In diesem Teil wollen wir uns die Frage stellen und sie hoffentlich auch gut beantworten, wie integrieren wir denn am besten die Biomechanik, sprich die Aktivierung der Antriebsmuskulatur, dem Stellen der Hebel und was da alles noch auf uns zukommt. Da werden wir uns mal diesen Kameraden hier genauer anschauen. Also es wird interessant auch in diesem Teil, denn wir haben natürlich einige Beispielvideos wiedergefunden, die die ganze Sache hoffentlich sehr, sehr deutlich für dich machen. Und da wollen wir auch gar nicht lange rumfackeln, sondern gleich mal hineinsteigen in ein Video, das wir uns ja schon mal angesehen haben. Es zeigt aber nochmal ganz deutlich die Aspekte der ersten beiden Teile und gibt einen guten Vorblick auf das, was wir danach besprechen werden. Die Bewegungsanalyse im Spitzenbereich stellt für jeden Sportler eine gute Referenz dar. Hier erkennen wir die Grundprinzipien und ihre idealtypische Ausführung. Sind die Hintergründe bekannt, erkennt man, dass jeder Sportler nach denselben Prinzipien handelt. Denn wie heißt es so schön, Wasser bleibt Wasser. Und somit ändern sich auch die äußeren Einflussfaktoren nicht, mit denen wir es zu tun haben. Wie wir in diesen Beispielen sehen können, ist maximale Stabilität im Rumpf immer noch die Grundvoraussetzung für schnelles Schwimmen. Schließlich würde jede unnötige Drehung im Rumpf den Widerstandswert deutlich erhöhen. Um eine stabile Wasserlage und einen optimalen Hebeleinsatz zu kombinieren, bedarf es noch einiger anderer Fähigkeiten. Im weiteren Verlauf werden wir deshalb die Bedeutung der Beweglichkeit besprechen. Und dann wird auch für dich deutlich, wo deine Potenziale liegen. Und die befinden sich vielleicht an Land und gar nicht im Wasser. Wir werden das Geheimnis lüften. Stabilität scheint Trumpf zu sein. Und das, was man bei diesen Spitzenschwimmern sieht, ist ja vor allem eine Spezifik der Bewegung, die schnelles Schwimmen offenbar erst möglich macht. Nämlich das Entkoppeln der Antriebselemente. In dem Fall sind das natürlich vor allem die Arme, die das Tempo erzeugen. Und wir wollen da mal etwas tiefer einsteigen. Da wird ja auch oftmals das Prinzip der kinetischen Ketten genannt. Es gibt derer ja geschlossene und offene kinetische Ketten. Jetzt ist es beim Schwimmen aber natürlich so, dass wir eine Besonderheit haben. Da wir uns nicht auf dem Boden befinden, das heißt also die Schwerkraft nicht nutzen können, zum Beispiel über einen sicheren Stand, sondern uns in der quasi Schwerelosigkeit befinden. Und somit gelten hier dann doch ganz schnell ganz andere Prinzipien. So ist zum Beispiel auch der Vergleich des Werfens mit dem Schwimmen eigentlich nicht statthaft. Sieht man sich die Bewegung einmal im Detail an, dann ist es beim Werfen so, wir haben ein Gegenstand in der Hand, wir haben einen Anlauf, wir haben eine Stützphase, wir haben eine Verwringung im Körper, wir haben eine Ausholbewegung, wir schleudern zum Beispiel einen Ball weg oder einen anderen Gegenstand, einen Speer oder was es auch immer sein mag. Und damit ist die Bewegung dann auch beendet. Im Schwimmen ist es im Prinzip völlig anders. Es ist eine Fortbewegung des eigenen Körpers mit den körpereigenen Hebeln. Es ist auch hier keine einmalige Bewegung, sondern eine dauerhafte zyklische Bewegung. Und dazu noch nicht an Land, sondern im Wasser. Und wenn du für dich selber mal den Unterschied kennenlernen möchtest, dann wirf doch am Beckenrand mal einen Ball. Womöglich kommst du sogar als andere Ende des 50 Meter Beckens und mach das Gleiche. Dann aus dem Wasser heraus, du wirst feststellen, dass du nicht mal die Hälfte der Weite erzielen wirst, weil dir einfach der feste Stand, also die Schwerkraft für die Verwringung der Muskulatur fehlt. Und insofern sehen wir ganz gut, der Vergleich Werfen und Schwimmen, der gilt einfach nicht. Und somit führt dann eine Seitlage auch nicht dazu, dass wir größere Muskelngruppen aktivieren, wie das häufig ja genannt wird, sondern wenn wir uns auf die Seite legen und würden aus dieser Position heraus die Bewegung nach hinten durchführen und würden mit der Armbewegung den Oberkörper und das Becken wieder nach oben drehen, dann würden sich die Kräfte ja sogar aufheben, anstatt sich zu addieren. Also ein wirklich ungünstiges Szenario, das auch in der Praxis immer wieder zu beobachten ist. Und so sehen wir Spitzenschwimmer, nämlich genau das Gegenteil machen, und zwar die Beckenbewegung gegen die eigentliche Schwimmbewegung zu drehen, sodass sich eine Vordehnung ergeben kann und eine Stabilität der Wasserlage. Diese Konterbewegung von Becken zu Oberkörper ist immer wieder zu beobachten. Wir schauen beispielhaft in ein Video von Yannick Aniel, wo wir diese Aspekte noch mal etwas genauer sehen. Schaut man bei Yannick Aniel genau hin, erkennt man vor allem zwei Dinge. Zum einen die Gegenbewegung der Beinarbeit und des Beckens während der Druckphase und zum anderen, dass eine Drehbewegung immer im Zusammenhang mit der Atmung steht. Es gilt also auch hier, Aktion und Reaktion zu beachten. Eine gleichzeitige Vordrehung von Arm, Schulter und Becken wirkt sich also negativ auf die muskuläre Aktivierung, auf die Wasserlage oder auf andere Parameter aus und ist damit zu vermeiden. Und somit erkennen wir auch im Mittel- und Langstreckenbereich, so wie hier bei Katie Ledecky, das unbedingte Bestreben, das Becken zu stabilisieren. Es ist eine bewusst gesteuerte Gegenbewegung des Beckens zum Oberkörper zu sehen. So wie hier durch den abwärts gerichteten Beinschlag während der Druckphase. Somit erfüllt der Beinschlag zwei wichtige Funktionen. Einerseits den Vortrieb zu erzeugen, auf der anderen Seite die notwendige Gegenbewegung zu initiieren. Fehlt diese Gegenbewegung, schaukelt der Schwimmer hin und her, die Wasserlage verschlechtert sich und die Kraft der Hebel kann nicht effektiv umgesetzt werden. Wie stark negativ sich falsche Empfehlungen auswirken, wird in späteren Beispielen aufgezeigt. Doch wie gelingt mir nun dieses wirklich anspruchsvolle Ziel einer stabilen Wasserlage? Und da sind wir an einem ganz neuralgischen Punkt angekommen. Und dieser Punkt, der sitzt hier oben, nämlich das Schultergelenk. Das Schultergelenk ist ja das übertragende Bauteil der Kraft aus dem Rumpf in die Hebel, also in die Arme hinein und erfüllt damit eine ganz wichtige Funktion und so gesehen auch eine Doppelfunktion, nämlich einerseits die Sicherung der Kraftübertragung auf die Hebel. Auf der anderen Seite soll aber das Schultergelenk und die umgebenden Strukturen auch möglichst locker, flexibel, beweglich sein, damit sich nicht so viele Bewegungen im Rumpf ergeben durch die Armbewegung, die wir eigentlich gar nicht haben möchten. Das Training des Schultergelenks in diesen beiden Dimensionen ist somit das Wichtigste, was wir überhaupt an Land machen können für unsere Schwimmperformance. Und um das nochmal deutlich zu machen, haben wir eine Begrifflichkeit kreiert, die im Grunde das beschreiben soll, worum es geht, nämlich das Entkoppeln der Antriebselemente vom Rumpf. Dazu gehört sehr viel Beweglichkeit und natürlich auch Kraftstabilität im Schultergelenk. Für die Stabilität im Schultergelenk sprechen auch Beispiele aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel dem Automobilbau, denn auch hier geht es darum, die Kraft aus dem Motor auf die Antriebselemente, die Räder, Reifen zu übertragen. Und das geschieht über eine stabile Aufhängung. Ist die Aufhängung instabil oder schwächlich, dann wird es auch nicht gelingen, die enorme Kraft auf die Antriebselemente zu übertragen. Oder die Triathleten wissen ganz genau, wie wichtig es ist, dass ein Tretlager beim Fahrrad steif ist und in sich nicht beweglich. Das gilt natürlich für den gesamten Rahmen, denn auch hier kommt es ganz schnell zum Kraftverlust. Also ran an das Training der Schulterkraft und der Schulterstabilität. Dazu haben wir ja im Trainingsplan 106 einige Übungen hinterlegt und auch in den Trainingsplänen davor. Das Thema Trockentraining ist also sehr, sehr wichtig, um die Leistung im Wasser zu heben. Denn klar ist auch, viele Dinge kann ich im Wasser nicht so trainieren wie an Land. Ich bekomme die hohen Lasten überhaupt nicht realisiert, die notwendig sind, um die Muskulatur zu kräftigen. Ich kann auch nicht so fein und explizit in die Bewegungsstrukturen hineingehen. Also insofern solltest du dir vornehmen, das Trockentraining zukünftig vielleicht etwas stärker zu gewichten, um dann im Wasser den Lohn der Arbeit einzufahren. Denn das Potenzial ist riesig. So hat man zum Beispiel beim Laufen erkannt, dass häufig ein Abfall der Laufleistung, also des Lauftempos darin begründet ist, dass nicht die Antriebsmuskulatur versagt oder ein Energiedefizit hat, sondern dass es oftmals die stabilisierenden Muskeln um das Sprunggelenk herum sind, die dafür sorgen, dass die Lauftechnik ineffizient wird und das Tempo zwangsläufig gedrosselt werden muss. Das ist im Schwimmsport nichts anderes. Die Isolation der Hebelbewegung ist also das, was wir anstreben. Und da wollen wir uns auch noch mal die Besten der Welt anschauen. Nämlich in diesem Fall Katie Ledecky bei ihrem 800 Meter Freistielrennen von Rio de Janeiro. Zwar erkennen wir hier auch eine Rollbewegung, doch sie ist immer initiiert durch den Atemvorgang. Als Reaktion darauf entsteht etwas sehr Interessantes. Nämlich ein deutlicher Gegenimpuls der Beine, um die Hüfte in der Antriebsphase zu stabilisieren. Diese Bewegung sichert den wirkungsvollen Einsatz der Hebel und die Integration des Lattissimus als wichtigen Zugmuskel. Fassen wir nun die verschiedenen Aspekte zusammen, So ergibt sich doch ein sehr, sehr klares Bild, wenn man Empfehlungen hinsichtlich einer optimalen Wasserlage aussprechen möchte. So ist das lange Gleiten, das lange nach vorne schieben des Stützarms ebenso nachteilig wie eine aktive Rotation, die dazu führt, dass wir an Höhe verlieren, die Wasserverdrängung erhöhen und somit deutlich mehr Energie für unser Schwimmen aufwenden, als es diese Meinung eigentlich verspricht. Fakten sind also das eine, Meinungen das andere. Und wenn du zum Beispiel in die Beobachtung, Analyse der Bewegung in der Spitzenschwimmer gehst, dann beachte auch immer wieder den Zusammenhang zwischen Aktion und Reaktion. Denn im Schwimmen ist es immer so, dass es eine Aktion gibt und eine darauf folgende Reaktion, wie in anderen Bereichen natürlich auch. Und eine mögliche Seitwärtsbewegung, ein Kippen im Körper ist immer initiiert durch eine Atembewegung, wenn es um Spitzenschwimmerbeobachtung geht. Also insofern immer die initiale Bewegung auch finden. Und dann stellt man relativ schnell fest, dass eine Drehung im Körper eigentlich nie das Ziel ist, sondern immer die Folge einer vorhergehenden Bewegung. Wie zuvor bei Katie Ledecky erkennen wir auch hier in diesem 400 Meter Freistellrennen dieselben Prinzipien. So ist zwar auch hier eine Drehung im Rumpf erkennbar, aber sie wird immer initiiert durch den Atemvorgang. Diesen Zusammenhang sollte man bei der Analyse niemals verwechseln. Beachtet man dieses Prinzip, so fällt auch hier auf, dass die stabile Wasserlage oberste Priorität genießt. Und auch hier durch einen Konterbeinschlag abgesichert wird. Denn diese Meinungen können einen ganz schnell in die Stagnation treiben. Und das muss einfach nicht sein. Nehmen wir das Beispiel des Gleitens, wo wir ja immer durch das lange Gleiten das Versprechen haben, mit wenig Zügen schnell schwimmen zu können. In der Praxis ist es aber ja so, dass wir durch das lange Gleiten immer eine Vortriebspause haben. Das heißt also immer einen Bruch in der gleichmäßigen Fortbewegung. Und innerhalb dieser vortriebslosen Phase kommt es immer dazu, dass der massive Wasserwiderstand uns abbremst. Das heißt, es ist immer ein nach vorne schieben, stehen bleiben, nach vorne schieben, stehen bleiben, um es jetzt mal im Extrembeispiel zu benennen. Also ganz klar, hier trennen wir Meinung von Fakten. Und wo wir bei den Fakten sind, da steigen wir mal in die empirische Forschung ein, die wir auf Teneriffa betreiben. Denn in unseren Schwimmcamps haben wir jetzt weit über 2000 Videoanalysen durchgeführt. Und wenn wir dort die immer gleichen Bewegungszusammenhänge erkennen, dann dürfen wir auch von einer Regel sprechen. Und die Regel, die sieht so aus. Die Regel lautet, eine Seitlage verschlechtert die Wasserlage und verhindert die biomechanisch optimale Ausführung von Arm- und Beinarbeit. Denn wie zu sehen ist, reagieren Arme und Beine gleichermaßen auf den Höhenverlust. Und wie wir gleich sehen werden, gibt es keine Ausnahme von dieser Regel. Und genau dieser Zusammenhang der fallenden Schulter und des gestreckten Arms und natürlich auch der seitlich geführten Wasserlage und das Absinken des Körpers finden wir nicht nur einmal, sondern bei sehr vielen Schwimmern vor. So erlauben uns die über 2000 Videoanalysen eine klare Herleitung der Regel. So ergeben sich, wie hier zu sehen, immer dieselben Zusammenhänge. Und auch weitere Screenshots zeigen deutlich den negativen Einfluss einer Seitlage. Aus dieser Position einen biomechanisch optimalen und vor allem wirkungsvollen Armzug anzusetzen, ist praktisch unmöglich. Die Gründe dieser Fehlerbilder sind relativ klar. Auf der einen Seite falsche Empfehlungen, auf der anderen Seite die fehlende Beweglichkeit im Schultergürtelbereich. Denn es ist klar, in dem Moment, wo ich den Hebel, den Arm bewege, dazu vielleicht sogar noch atmen muss, und eine fehlende Beweglichkeit es mir eben nicht ermöglicht, das Antriebssystem, die Antriebselemente vom Oberkörper zu entkoppeln vom Rumpf. Da nehme ich Strukturen in die Bewegung mit hinein, die ich da gar nicht mit drin haben möchte. So kommt es zu einer Schaukelbewegung und den eben gesehenen Fehlerbildern, die die Widerstandskomponente und die Auftriebskomponente natürlich sehr, sehr negativ beeinflussen. Hinzu kommt, und das macht das Ganze dann noch dramatischer, dass der Zugarm, wie wir es auch in den Beispielen gesehen haben, durch die Streckung in Richtung Beckenboden nicht mehr richtig angesetzt werden kann. Insofern wird also das gesamte Zugmuster unter Wasser negativ beeinflusst und kann seine Effektivität überhaupt nicht ins Spiel bringen. Das vorläufige Fazit, wenig Auftrieb, deutlich erhöhte Wasserverdrängung, biomechanische Aspekte, die nicht umgesetzt werden können, ein wirklich ungünstiges Szenario. Und wie gehen wir nun mit den Informationen um? Schauen wir uns doch mal die Spitzenschwimmer auch hier an, denn die wissen natürlich ganz genau, dass für die Umsetzung dieser Prinzipien eine Fähigkeit ganz oben steht. Und das ist das Thema der Beweglichkeit. Wenn wir uns ansehen, welch eine Beweglichkeit selbst ein Muskelprotz wie Michael Phelps mitbringt, dann kann man schon erahnen, dass das nicht nur Ergebnis harten Trainings ist, sondern natürlich auch genetischer Veranlagung. Die Schwimmer werden sich daran erinnern können, in der Jugendzeit, da waren vor allem die Schwimmer bevorteilt, die über eine hohe Beweglichkeit verfügten. Und das ging dann relativ lange so, bis dann irgendwann mit dem beginnenden Wachstum und Muskelwachstum natürlich auch so mit 14, 15, 16 die kräftigen und fleißigen Schwimmer, die talentierten Schwimmer eingeholt hatten. Aber bis zu diesem Zeitpunkt und natürlich auch darüber hinaus, wenn der entsprechende Trainingsfleiß hinzukam, waren die beweglichen Schwimmer immer die deutlich besseren Schwimmer, teilweise mit Vorteilen gesegnet, die andere durch umfangreiches Training überhaupt nicht aufholen konnten. Und daraus folgt eine relativ einfache Formel. Beweglichkeit macht schneller. Punkt. Je besser wir die Antriebselemente, die Hebel, also die Arme, in dem Fall vom Rumpf entkoppeln können, desto ruhiger ist die Wasserlage, desto schneller schwimmen wir. Und das ganz unabhängig von Alter, Leistungsfähigkeit, Geschlecht, Größe. Individuell gelten diese Prinzipien für jeden von uns. Ein bewegliches und muskulär gut geschütztes Schultergelenk ist also die Voraussetzung für schnelles Schwimmen. Genau dann gelingt es uns nämlich auch, über eine Gegenbewegung im Rumpf die muskuläre Aktivierung tatsächlich auch zu realisieren und somit die Muskelketten noch viel besser für uns wirken zu lassen. Können wir also das Becken und den Rumpf stabilisieren, kommen wir weiter an die Wasseroberfläche. Und wir haben das Prinzip ja schon im ersten Teil besprochen. Was passiert denn, wenn ich einen Neoprenanzug anziehe? Ich schwimme die 100 Meter um 6 bis 10 Sekunden schneller, einzig und allein dadurch, dass ich eine höhere Wasserlage generiere. Kommt dann noch eine überdurchschnittliche Beweglichkeit hinzu, dann haben wir alle Zutaten für wirklich richtig schnelles Schwimmen. Und was kannst du jetzt dafür tun? Das ist natürlich auf der einen Seite die Dehnungsgymnastik, vor allem des Pektorales, dass wir hier entsprechend weit schwingen können. Eine andere Übung, die so unscheinbar daherkommt, ist das Armkreisen. Und wir sehen nicht ohne Grund Schwimme an jeder Ecke, vor jedem Training, vor jedem Wettkampf Armkreise machen, ob einarmig oder beidarmig. Denn das hilft, das Schwingen des Arms zu üben. Also auch hier geht es im Prinzip um das Entkoppeln der Antriebselemente. Und somit solltest du noch heute beginnen mit dem Armkreisen. Zunächst mal 20, 30, 40, 50, das kann bis 100 Armkreisen gehen, beidarmig. Und wenn du am Anfang im Trapezius hier oben einen leichten Muskelkater verspürst, dann ist das ein gutes Zeichen. Etwa vergleichbar mit dem Gefühl einer guten Massage. Und ich gebe dir hiermit die Garantie, wenn du heute damit beginnst, dann wirst du schon nach sieben bis zehn Tagen die ersten positiven Aspekte im Wasser verspüren. Wenn nicht sogar früher. Wenn wir jetzt die drei Teile zur Optimierung der Wasserlage zusammenfassen sollten, dann muss man doch erkennen, dass die Sachlage relativ klar ist und Meinungen hier eigentlich keinen Platz haben, weil wir doch die verschiedenen Prinzipien sehr gut a. belegen können und b. auch bei den Besten der Welt wiedererkennen können. Und das macht uns dann vielleicht auch klar, warum es hier und dort etwas hapert oder warum du selber so eine Unsicherheit spürst oder vielleicht sogar ein Unverständnis, warum deine Schwimmperformance nicht besser ist, als sie ist, obwohl du athletisch gut ausgebildet bist, auch viel Wissen hast bezüglich der Schwimmtechnik, aber eben am Ende nicht das herauskommt, was du dir versprichst und was du eigentlich auch verdient hast. Kurz und knapp wollten wir diese Thematik erläutern. Jetzt sind drei Teile daraus geworden und immer noch reicht es eigentlich nicht. Es gibt viele schöne Beispiele, die auch die Aspekte noch mal untermauern, auch mit wissenschaftlichen Fakten noch einmal. Und wenn du das Gefühl hast, du könntest noch einige Informationen mehr gebrauchen und vor allem auch die Analyse deiner Bewegung, dann kommst du einfach in eines unserer Schwimmcamps auf Teneriffa. Informationen findest du hier unten unter dem Website-Link. Komm uns doch mal besuchen. Sieben Tage Schwimmsport pur, ob als Schwimmer, Masterschwimmer, Hobbyschwimmer, Triathlet. Wir schauen uns das genau an, über Wasser, unter Wasser, arbeiten sehr stark am Thema Beweglichkeit. Natürlich auch an den theoretischen Aspekten, sodass du nach einer Woche fitter und vor allem schlauer nach Hause kommst. Schlauer in dem Sinne, als dass du danach auch interpretieren kannst, was im Wasser passiert. Und das ist ja ganz wichtig, dass man selber die Möglichkeit hat und auch das Wissen hat, seine eigene Bewegung korrekt zu interpretieren und somit auch zu verbessern und zu korrigieren. Wenn du dich auf YouTube befindest, dann siehst du hier unten den Link zur DocSwim-Seite und dem Artikel zu diesem Thema. Abonnier doch gleich mal unseren Kanal, wenn du dich auf der DocSwim-Seite befindest. Dann trag dich doch hier rechts in den Newsletter ein. Dann wirst du informiert, wenn Fachartikel erscheinen, Trainingspläne, Videos oder sonstige Informationen. Und in diesem Sinne machen wir weiter auch mit dieser Reihe Schneller Schwimmen die Tipps, die deine Schwimm-Performance verbessern sollen. Und da gibt es ja noch so unendlich viele Themen. Wir schauen mal auf unsere lange Liste, was wir als nächstes bringen. Bis dahin, viele Grüße, wo auch immer du sein magst. Tschüss. Tschüss.